Servus Leute, der Festival Klappe die, warte, ich glaube Klappe die Sechste haben wir. Ja, neuer Tag, neue Location. Nicht wundern, meine Haare sind nicht fertig, es hat geregnet und wir sind nass geworden. Ja, hier seht ihr hinter mir die Bühne. Wir haben gerade noch umgebaut für morgen, für Boshos. Wir sind hier, vielleicht erkennt man es da auch ein bisschen, wir sind hier in Villingen beim Sommersound. Und ja, wie gesagt, wir haben noch umgebaut, jetzt machen wir gerade noch Systemcheck, wir machen alles fertig für die Nacht. Oh, jetzt geht die Alarmanlage vom Transporter nebenan los. Richtig, wir machen alles fertig für die Nacht und dann machen wir Feierabend, weil morgen, wie schon gesagt, steht Boshos hier auf dem Platz. Wir freuen uns, wir haben die Kollegen vor zwei Wochen schon gesehen, sehr angenehme Truppe. In diesem Sinne, eine gute Nacht und tschüss. Hier gibt es jetzt das Bekaner. Weitere Eing Fazio Con exceeds Алекс Meat, internet und SM Lemmes auf meinem Auflemaidingsinstrument um Vielen Dank.